Fischer F19 Pinpointing, also die Punktortung, erklärt, wenn ich jetzt hier ein Objekt geortet habe, hier habe ich ein Euro-Stück auf dem Boden liegen, dann geht man einfach neben das Objekt, drückt die Punktortungstaste, geht wieder rüber, wo die kleinste Zahl ist und das lauteste Signal ist genau in Spulenmitte das Objekt und das kann ich dann einfach in Spulenmitte machen.